Bruno, die Fellnasen sind eine saubere Truppe. Jeder ist an dem Besen interessiert. Hier müsst ihr noch fehlen. Kommt, kommt. Eins schlappen für zwei. Ja, in der Box auch noch. Da noch ein bisschen zusammenkehren. Ja, klasse. So, soviel von den morgendlichen Putzarbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.